Du suchst eine coole und vielfältige Ausbildungsstelle, die dir jeden Tag Spaß bereitet und dir jeden Tag neue Challenges bietet? Dann nutze deine Chance und bewirb dich jetzt. Ich bin Franzi, ich habe vor einem Monat das dritte Lehrjahr beendet und kann hier im Team Kleinsmann bleiben und bin sehr glücklich über die Entscheidung. Ich bin Christine und befinde mich zurzeit im ersten Lehrjahr. Die Arbeit hier macht mir sehr viel Spaß und ist auch sehr abwechslungsreich. Das Team ist einfach klasse und ich komme mit sehr viel Freude zur Arbeit. Bewirb dich jetzt bei uns im Kleinsmann Team. Wir freuen uns auf dich!